Moin, moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Leute, wenn ihr auch mal bei einem Video mitmachen wollt, dann schönt gerne jetzt meinen Discord-Server. Link in der Videobeschreibung. Und ja, Leute, ich habe auch Insta. Dort könnt ihr mir auch auf Ede folgen. Und lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wäre auf jeden Fall Ede. Weil, Leute, es haben mich einfach 74,4% meiner Zuschauer nicht abonniert. Also lasst ein Like und ein Abo da, sonst passiert das. Leute, ihr geht einfach nach Hause und denkt nichts Böses. Dann passiert das. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich habe nur eine Bier gedrungen. Also lasst ein Like und ein Abo da. Und jetzt let's go mit dem Video. Das ist nice. Also, hä? Hä? Wo bist du? Hände hoch. Was? Nein! Warum? Hände hoch. Warum? Okay, 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 okay. Bitte, ne, ahhhh! 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 Leute, wo sind wir hier? Ah, ich war bewusstlos und plötzlich war ich hier auf. Was machst du mit mir? Äh, du kommst ins Gefängnis. Warum? Was hast du mir angetan? Was habe ich dir angetan? Ach, so. Einiges, das weißt du nicht. Ich hau ab, Leute, ich hau ab, ich hau ab. Ich verstehe mich. Nein, ich komme da nicht rein. Oh, Mann. Hey, ich hab ne Waffe und hier sind Kameras, überall. Also, los jetzt. Okay. Komm mit, hier lang. Hier lang. Hier lang, da. Da lang. Ja. Umziehen. Okay, okay, ich zieh mich um, ich zieh mich um. Oh, Leute. Ich hab mich umgezogen. Oh, nein, 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 bitte, bitte, tu mir nix. Ich dachte, wir hätten ein Date. Ne? Mit so nem hässlichen alten Geizsack, der auch noch reich ist. Mit blonden Haaren. Oh, das kommt dir ja witzig hervor, wie nett. Lauf schneller. Schneller. Okay, 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 okay. Was, warum sind hier so viele Kameras? Warum? Was habt ihr mit mir vor? Ihr wisst bestimmt Polizisten. Hallo, hilf mir, hilf mir. Nein, hey, nein. Ich schieße dich gleich ab. Okay, okay. Was ist das? Was ist das? Rein damit. Ein Fahrstuhl. Das ist eine Teleportationskamera. Raus. Okay, was ist da drin? Was ist da drin? Nicht da rein, nicht da rein. Okay, okay, okay. Das ist deine Zelle. Da warten wir schon dein Kumpane. Was ist das für ein Bubi? Ich komme später wieder. Was ist das denn für ein Bubi? Hilfe, lass mich raus. Hallo. Nein, hallo. Äh, ich mach mich. Tust du mir nix? Nein, ich tue dir nix. Okay, alles gut, alles gut. Warum bist du hier gefangen? Warum sind hier wir hier genau gefangen? Kann man nicht hier irgendwie etwas aufbrechen? Ich fühle mich wie ein Present Breakout. Ich fühle mich so krass wie... Ich habe dich noch nicht gefunden. Hast du nicht irgendwie einen Plan, wo wir ausbrechen können? Man, oh, ich will hier einfach nur raus. Oh Mann, wir müssen hier noch irgendwie rauskommen. Wie heißt du überhaupt? Lenny, und du? Ich bin Flashy. Ich bin YouTuber. Und wurde hier gefangen? Ich kann einfach heute kein Video hochladen. Ich mache auch Instagram. Dort heißt ich Captain Flashy, unterstich Y und T. Da könnt ihr mir auch auf Ede folgen. Häftling 1, 2, 1 und Häftling 2, 1, 2. Mitkommen. Okay, okay, okay. Los, Beeilung. Ich erzähle dir die ganzen Gesch... Warte. Mich interessiert, was für ein Raum das hier ist. Hey, weg da. Okay, 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 okay. Boah. Ich habe solche Angst, Leute. Ich habe solche Angst. Weiter, los, oder ich puste euch die Eier weg. Okay, okay, okay. Hinsetzen, essen, fassen. Warum ist hier ein Mülleimer? Ach, der ist für besondere Leute. Okay. Boah, ich habe so Hunger, ey. Die Lieder, die schon gestorben sind hier. Ich habe so Hunger, das glaubst du mir nicht. Ihr könnt euch hier den verrotteten Fisch nehmen. Und hier die scharfen Dosen. Nein. Nein. Ah, der Fisch. Er ist so eklig. Ey. Oh, ein bisschen. Beilt euch. Scharfes. Ja, okay, okay, okay. Ihr habt nur noch eine Minute. Was? Okay. Oh, ist das scharf. Das schmeckt, das ist eklig. Das ist sowas von eklig, ey. Hey, Lenny. Oh, und warte. Ihr braucht noch was. Hier, diese spezielle Sondermale. Hier. Was ist das? Ach, nicht auf dieses glühende Lila achten. Das ist einfach nur auf Rastoff. Oh, oh, oh. Hey, das wird vergessen. Nicht aufkommen. Okay. Ach. Ich muss mitkommen. Ihr müsst mitkommen. Okay, okay, okay. Du auch. Heftling, eins, zwei, eins. Okay, chill, 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 chill. Und zwei, zwei, beide. Warte, warte. Oh, ich muss abhauen. Ich muss irgendwie abhauen. Ich muss irgendwie abhauen. Heftling, eins, zwei, eins. Stehen bleiben. Ja, okay, 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 okay. Was ist da oben? Was ist da oben? Das ist nichts, was dich angeht. Okay, okay, okay. Okay, geht zurück zu Heftling, zwei, eins, zwei. Mann, ich brauche irgendeinen Weg, um hier auszubrechen, ey. Oh, Mann, oh. Oh, Mann, zugeschlossen, zugeschlossen. Ja, okay. Wartet. Heftling, zwei, eins, zwei, du kommst mit. Okay. Du bist Heftling, eins, zwei. Ah, okay, okay. Kannst du dir nicht mal deinen Namen werken? Du, mit, komm. Nein, was passiert jetzt mit ihm? Lani! Rein da. Okay, da hinlegen. Leute, vielleicht kann ich horchen. Also, der Flugs diesen Kapital... Leute, ich muss dir irgendwie helfen. Keine Ahnung, was ihr mit ihm... Ich glaube, sie sind in diesen Geheimen... Los. Klassen. Der Arme. Ich muss ihn irgendwie da rausholen. Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Einzelnen Chat, wenn ich ihn rausholen soll. Och. Ich merke es nicht. Ich kann ja nicht mal hier durch. Was mit ihm... Was haben sie mit ihm gemacht? Er ist, ähm, gerade beschäftigt. Aber... Du solltest es gehen und... Äh, du sollst hier bleiben. Und ich komm später wieder. Leute, ich bin alleine. Gibt's hier irgendeinen Weg, um hier auszubrechen, ey? Irgendwie hier durch die Toilette oder so? Nein, ey. Leute. Ich will hier einfach nur... Einfach nur raus aus diesem dummen Gefängnis. Ich hab zwar Prison Breakout geguckt, aber... Ich weiß noch immer nicht richtig, wie ich hier ausbrechen kann. Hey, Heffling 212. Ja, komm mit. Wer ist Heffling 212? Ich oder der andere? Der andere. Ah, okay. Komm. Maschine. Okay, du bist fertig. Komm mit. Nein, Leute. Wie hört es sich an? Wer wird das schicken? Ich hoffe, ich muss auch nicht mal... Leute, ich will es nicht warnen. Leute, wisst ihr, wie schrecklich das ist? Kein Wort, aber was passiert ist. Kein Wort. Ja. Was passiert? Oh, Leute. Wie... Wie sollen wir uns enden kommen? Okay, was? Hey, Heffling 121 und 212 raus. Ihr habt eine Mittagspause. Okay. Oh, endlich Pause, ey. Los. Worauf wartest du? Wow. Oh, Leute. Ich kann sowieso nicht abhauen. Die Tür ist zugeschlossen. Muss man hier entlang? Nein. Okay. Hier. Hier hoch. Komm schon. Komm schon. Hier hoch. Oder wollt ihr etwa den ganzen Tag in dieser einsamen Zettel sitzen? Nein, nein, nein. Ich will raus. Ich will raus. Ich will einfach nur raus. Hey. Nein. Ja. Und abschließen. Und kommt ja nicht auf dumme Idee. Ja. Wollt ihr Basketball spielen? Gut. Und abschließen. Oder Fußball. Ich weiß nicht. Ey. Aber was ist jetzt passiert? Sie hört uns gerade nicht zu. Komm, 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 komm. Oh nein. Hier ist eine Kamera. Hier ist eine Kamera. Hier, hier. Warten. Warten, wie wir rauskommen. Echt jetzt? Und was passiert? Was passiert eigentlich da drin? Die hat mich an sie in eine Maschine gestellt. Echt jetzt? Oh, aber ich will nicht, dass du... Hat es wehgetan? Du hast ja geschrien. Ein bisschen. Wirklich ein bisschen. Du hast so hart geschrien. Ja. Ganz knapp rein. Oh, es macht aber auch Spaß hier. Endlich mal draußen zu sein. Oh, hey. Wie geht eigentlich der Plan, dass wir rauskommen? Oh nein, da ist sie. Sie kickt uns. Ich nehme mir Ball weg. Ich nehme mir Ball weg. Nein. Ey, weißt du, was passiert ist? Sie wollten ein Date mit mir. Doch dann... Komm, 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 komm. Hier hin. Sie wollte einfach ein Date mit mir. Doch sie hat mich nur verarscht. Sie hat mich ausgenutzt. Und jetzt... Was gibt's, dass du zu schenkst? Äh, nix, nix, nix. Wir spielen hier. Also. Wir spielen haben uns richtig. Wenn ich immer, wenn ich einen Korb werfe, müsst ihr mich noch bejubeln. Ja, toll. Ich treffe ja nie, also müsst ihr mich noch nicht bejubeln. Oder habt ihr nur mal ein Pizzen hören? Oder habt ihr schlechte Augen? Also, ihr habt nur noch ganz kurz Zeit. Ich muss nur noch kurz mit jemandem telefonieren. Ja, mit wem telefoniert sie so wohl? Was, wo sind wir? Warum? Wir sind die einzigen hier im Gefängnis. In diesem riesigen Gefängnis. Wir sind hier auf einer Insel. Keine Ahnung wo. Ich wollte einfach... Wie kommst du eigentlich hierher? Und jetzt dieselbe Geschichte wie bei dir passiert. Jede ist auch, wie... Untertitelung des ZDF, 2020